Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Gisdol vor Unterschrift beim 1. FC Köln und neuer Job für Achim Bayerlotzer. Kommt jetzt doch so schnell der Retter. Nach einer späten Sitzung am Sonntagabend hat der 1. FC Köln die Gespräche mit Markus Gisdol intensiviert. Der frühere Assistent von Rüb Stevens könnte schon heute als Trainer des abstiegsbedrohten Bundesligisten vorgestellt werden. Das Training am Nachmittag werden weiterhin die Assistenten André Pavlak und Manfred Schmidt leiten. Doch eine dauerhafte Wende traut man den beiden Co-Trainern offenbar nicht zu. Auch die letzten drei Partien der vergangenen Saison waren wenig überzeugend. So war die Trainer Soko mit Frank Arling und Alexander Werle nach dem Scheitern von Achim Bayerlotzer auf der Suche nach einem externen Impuls. Nachdem Bruno Labbadia keine Gesprächsbereitschaft bekundet hatte, war man zunächst zu Pal Dardai nach Berlin geflogen. Dessen Absage kam am Wochenende. Nun ist Gisdol Plan C. Der Schwabe hatte 2013 die TSG Hoffenheim aus nahezu aussichtsloser Position noch in der Liga gehalten. Inklusive eines dramatischen Sieges bei Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Auch den Hamburger Sportverein konnte Gisdol retten. Bei beiden Stationen war er aber nicht dauerhaft erfolgreich. Beim Hamburger SV war er nach der Heimleaderlage gegen den 1. FC Köln Schluss. Für Stunde laufen dem Vernehmen nach die Verhandlungen. Ziel des 1. FC Köln dürfte sein, ein Kontrakt bis zum Saisonende, um vor allem im Abstiegsfall neu aufbauen zu können. Bereits am Dienstag wird Gisdol, sollte alles glatt laufen, die erste Einheit leiten und die Mannschaft im Bundesligaspiel bei RB Leipzig betreuen. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von dem aktuellen Geschehen im 1. FC Köln? Schreibt es einfach mal in die Kommentare oder guckt euch das nächste Video an. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal!